Herzlich willkommen zur dritten Folge unserer Serie Die zwölf größten Fehler im Marketing bei deiner Webseite und ich bin froh, dass heute wieder Christoph Schwinghammer dabei ist als Geschäftsführer der Digitalagentur 360 Karat und heute geht es um ein spannendes Thema, was auch vorher besprochen werden muss, bevor überhaupt die erste Webseite online geht, bevor ein Namen gesucht wird oder der erste Text veröffentlicht wird. Lieber Christoph, worum geht es heute im dritten Teil? Heute geht es einfach darum, dass du besonders bist, dass du keine 0815 Dienstleistung oder 0815 Produkt anbietest, sondern dass du dich von der Masse heraushebst. Und zwar, wir haben es halt häufig so, dass es Webseiten gibt und es verschiedene Vorlagen, Templates gibt und die dann einfach genutzt werden, sodass sich deine Seite überhaupt nicht unterscheidet von anderen Seiten und dadurch überhaupt keine Wiedererkennung erschaffen wird für dich, deine Dienstleistung oder auch dein Produkt. Das habe ich tatsächlich mal erfahren von einer Kundin, die in der Gebäudereinigung tätig war. Die hatte eine Beratung bei einem Gebäudereinigungsfachberater gebucht und auch eine Webseite zu bekommen. Nur interessanterweise war das all ihre anderen Kunden, die auch bei dem gleichen Berater waren, haben die gleiche Webseite bekommen. Das heißt also, das Template war immer das gleiche, die Struktur war die gleiche, die Leistungen waren gleich oder ähnlich. Das Einzige, was der Unterschied war, war nur der Firmenname. Das meinst du, dass das nicht passiert? Ja, unbedingt. Also du brauchst dieses Alleinstellungsmerkmal, dass man genau sieht, dass du anders bist, dass du besonders bist als die ganze Konkurrenz, weil du musst ja ihnen einen Grund geben, warum die Kunden überhaupt bei dir kaufen sollen. Und wenn alles gleich aussieht, dann kannst du dich bestenfalls nur über den Preis differenzieren und das treibt dich in einen Ruin. Und da hast du ja diesen Begriff schon genannt, USP, Unterscheidungsmerkmal, Abgrenzungsmerkmale. Wie wichtig würdest du sagen, sind diese Aspekte, dass diese herausgearbeitet werden? Also sehr wichtig. Also in der heutigen Zeit, da haben wir so viele ähnliche Dienstleistungen. Wir haben so viele ähnliche Produkte und am Ende kannst du dich nur unterscheiden, dadurch, dass du anders bist. Also das ist eins der wichtigsten Punkte, kommt direkt gleich nach der Zielgruppendefinition. Das bedeutet also, einen guten Berater oder Dienstleister im Bereich Marketing, der Marketing- und Verkaufsarchitekt ist, erkennst du daran, dass er, bevor er irgendetwas entwirft oder programmiert oder designt, Logo entwickelt, zunächst mal herausarbeitet mit dem Kunden gemeinsam, was die persönlichen oder unternehmerischen Alleinstellungsmerkmale sind. Habe ich dich so richtig verstanden? Wenn er dich nicht nach den Alleinstellungsmerkmalen fragt oder das nicht gemeinsam mit dir erarbeiten möchte, ist es einfach, sage ich mal, wie ein Rosenverkäufer. Er will seine Rosen wegbekommen, so viele wie möglich, so schnell wie möglich, aber er schaut nicht, was du individuell brauchst, um überhaupt erfolgreich zu sein. Das heißt, wenn meine Zielgruppe Nelken oder Tulpen braucht, dann hilft mir die Rose nicht. Und wenn ich jetzt überlege, war es bei meiner ersten Webseite auch so, dass ich etwas bekommen habe, was dem Designer gefallen hat, was er wahrscheinlich schon irgendwie mal woanders so eh nicht programmiert hat. Aber meine Zielgruppe hat es überhaupt nicht erreicht und ich musste komplett alles nochmal neu machen, inklusive Firmennamen, Produktnamen, Domainnamen neu und natürlich die gesamte Seite. Ja, bei dir war dann ja das Problem, dass du dann nochmal die Webseite gestalten musstest oder gestalten lassen musstest. Viele schaffen das gar nicht, auch diese finanziellen Mittel dann aufzuwenden, um das genau zu machen und dann sieht es halt problematisch mit dem Unternehmen aus. Deswegen soll es sich am besten gleich an den richtigen Berater, an das richtige Unternehmen wenden. Und viele denken dann auch, eine Lösung gefunden zu haben, das dann aber schon der vierte Fehler ist, bei dem wir das nächste Mal nochmal genauer drauf eingehen, was der denn auch ist. Das bedeutet also auch hier gilt der Spruch, billig eingekauft ist teuer bezahlt. Wenn du nämlich deinen Marketingauftritt komplett und die Webseite komplett nochmal neu aufsetzen musst, das ist mir leider vor 20 Jahren selbst passiert, weil ich an den falschen Graten bin. Und damit dir das nicht passiert, buche gerne auch jetzt das kostenfreie Erstgespräch unter dem Video. Like gerne das Video und ganz wichtig auch den Kanal zu abonnieren, damit du morgen erfahren kannst, was der vierte wichtige Beitrag von Christoph ist. Vielen Dank heute, lieber Christoph, für deinen Input. Sehr gerne.